Wo bringen sie mich hin? Wie bitte? Geld? Money? Meiner Familie gehört eine Goldmine. Sie wollen Lösegeld erpressen. Wie hat jemand mit diesen Wörtern gelungen? Sie bringen mich zu meiner Familie? Vielen Dank. Wie haben sie sie gefunden? Schau, ich bin sorry, Freund. Ich kann kaum Englisch sprechen. Hier sind sie. Dem Herrgott sei Dank. Schatz! Andreas! 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 Ich hab gedacht, du seist zu uns! Du warst richtig. Oh, dieses Ort. Oh, es wird perfekt für uns. Hey! Hur29. alon. вол timed Bye! Ba! discriminator. Mannker! Ja! ��� centered. replaced.